es ist hoffentlich hier wieder synchronisieren wenn ich das mache ich möchte auch machen ja ich kann es auch machen ich habe mir in die hosen geschissen und herzlich willkommen zu Super Mario Bros. V ich bin natürlich mal wieder nicht alleine die laura ist auch wieder mit dabei ja guten tag ich freue mich schon total ja wir freuen uns schon total weil wir sind jetzt bei Welt 7 und ja wir haben gerade eben schon darüber geredet oh nein es ist ja eine Luftwelt könnte man so sagen und ich dance hier ein bisschen rum das heißt wir können wieder zugucken wie ich einfach runterfallen und wieder Pussyblase mache auf jeden Fall jetzt erstes Level Shy Guy Peeves ich hasse aber Shy Guys ich mag es ja aber das ist jetzt hier als Shy Guy oh das sollte wahrscheinlich so sein und wir haben die ganze Zeit bei uns schon die ganze Zeit irgendwelche Geräusche ja irgendwas ja die ich glaube die erschießen sich ja ich weiß ich weiß nicht ich weiß nicht da kommen wir nicht hin halt mal haben wir den roten Schalter letztes mal gehabt ja das heißt wir müssen noch mal zurück dann das ist der blaue ja das ist der blaue aber ich meine der rote den halten wir ja glaube ich letztes mal gehabt ja ja aber den haben wir noch gedrückt oder nicht ja schon aber bitte alt war ja noch Level ich glaube in Welt 5 was wir noch machen mussten nee da waren zwei Level wo wir machen mussten einmal in Welt 5 und einmal in Welt 6 bei dem Schiff noch stimmt war doch noch diese eine Stärke die wir brauchten halt ich will den ja ich will doch ich gehe doch nicht das ist die 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 das fängt an und wir schmacken gleich zum Alter so ein oh Gott neben wir haben rot anscheinend doch noch nicht gehabt wo ist dann rot natürlich alle Laura kommen ja meine lieben Leute wir haben uns das kürz wieder ausgepackt hoffentlich ist nicht irgendwo wieder eine Röhre wo wir wieder nichts sehen und stundenlang uns wieder fragen du kannst du hast dich sogar noch raus gerettet das war jetzt nicht so nötig schwer okay wir sind beide wieder bei 99 ja cool sogar gleiche Farbe und diesmal nicht morgen und oh danke jetzt habe ich das Gefühl dass hier okay das ist doch kein Ziel aber äh okay geh rein ich komm mit äh äh jawohl hab nicht so geschafft oh Gott versau es jetzt nicht irgendwie noch oh genau also nicht versau halt da oben könnte noch sein hier ist da was ne äh doch nein ich dachte schon ne okay jetzt brauchen wir noch die dritte oh ich weiß was die Welt gewesen ist es war nicht nur Berge das ging doch noch viel weiter dann das wirst du ja das Spiel noch mal sehen ich sag jetzt grad dazu mal nix aber ich weiß es war nicht nur Berge außer ich vertue mich gerade eben bei den Extrawelten aber ich glaube nicht auf die Extrawelten freue ich mich auch schon ja dazu kommen aber diese Woche nicht dazu wir machen nur die eigentlichen 8 ich dachte grad schon hier drauf ist das Ziel ich wollte grad schon losschreien oh ja jetzt dürfen wir uns ganze Zeit hier mit diesen komischen Geräuschen da äh zufrieden geben die wo ganze Zeit hier passieren bei der Laura oh nein nein so ein scheißdreck kann der nicht irgendwo hier sein der muss irgendwo hier sein weil wir hatten doch grad eben die andere schon geholt ach das gibt's doch nicht ernsthaft so was kann auch nur ich ernsthaft joshi kutsu 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 kumberg ok was machst du noms 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 ach das ist doch scheiße weißt du es fängt so an das bestimmt auch wieder irgendwas mit exit oder so coole sache oh wobei ich glaube das wäre ja ne ich glaube bei dem level oder nicht doch oh mein gott oh nö äh gut leute ein kleiner cut und wir sehen uns gleich wieder halt wobei ne das können wir gar nicht machen ach stimmt das ist die Röhre das ist die eine blaue Röhre ja na gut wie gesagt können wir nicht machen brauchen wir nämlich blaue Scheiße und die haben wir zur Zeit noch nicht wir haben gar nichts wir haben nicht rot wir haben nicht blau ich hoffe das kommt später noch fuck vielleicht sollten wir nochmal in der Welt zurück gehen und nach dem roten gucken ob das andere ist ja oh ich hab's doch am Anfang gesagt ich freue mich schon auf autoskroll ha laura ist doch schön aber mir gefällt der Hintergrund der ist so schön grünlich ja wenn es jetzt kein autoskroll wäre dann wäre es ein perfektes level ja aber da wäre es auch wieder langweilig oh das muss man bestimmt mitnehmen ok laura macht die skills ich mach die skills oh oder wir machen einfach gar keine laura ja pass aus jetzt nicht ok das brauchen wir vielleicht ach man ja gut oh guck yeah ach ich dachte grad schon hä wohin wow schon ganz schön schneller autoskroll ja bitte gib mir noch mal ein wow das was wir einfach nicht brauchen ja wow wow oh oh ok ich auch für mich du hättest dich nicht auch vermuten ich wollte mich auch gar nicht achten ja weiß ich ok äh jawoll ok dann haben wir schon die ersten zwei ach sehr schön aber wenigstens ein positives über autoskroll es geht schneller vorbei ja kommt darauf an wie schnell sich das bewegt ja genau ich überleg jetzt gerade eben weil wir haben hier wieder diesen abgeschnittenen im bildschirm so wie immer und wow oh 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 ja und da kann es sein dass man das jetzt wieder auf der aufnahme sieht aber wir sehen es selber nicht so wie das bei der sakura village ding war ja und wir kriegen es beide nicht gebacken warte ich ich hole dich lieber weil dann kriegen wir beide ein item ähm könnte das ding vielleicht nicht sich so schnell bewegen danke na ha 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 oh ich dachte grad schon ich krieg mein item nicht mehr ah ok alles ist in ordnung da muss man noch die letzte finden irgendwo in ordnung du kannst du danke du kannst du gewinnen haben wir hier alle warum mache ich diesen warum springen wir nicht einfach rein keine ahnung warum machen wir überhaupt noch leben und ja ich weiß nicht wir brauchen sein wir brauchen es für die achte werden und für die extra werden ja gut aber ich glaube auch da haben wir glaube ich dafür genug will ich jetzt mal ein level was perfekt das ganze gut das ist dinge das ding wo sich ja genau wo sich das hier so man diese glüge geräusche ja mal anmerken laura hat hier irgendwelche baustellen zurzeit also nicht laura und laura sterb jetzt nicht bitte ich brauchte hier noch das ist bestimmt nun leben oder auch nicht hätte sich dann nicht wieder das wohl wahrscheinlich auch etwas passiert was ich habe gedacht habe vielleicht das wird die nahrung die fünfte ich danke Prozent dort kommt auch gar nicht der jetzt durch die Sterne die Schalker sind doch alle lieb die fliegen nur bis auf den luftballons rum gestorben weil ich weil es bei mir immer weniger passiert also nicht so oft wie bei dir vergesse ich immer mit der blase 3 ach so oder sprung hoffentlich müssen wir das nicht mitnehmen aber das müssen die stimmen mitnehmen wobei eigentlich nicht weil wir müssen jetzt ich sehe schon ja ok doch was ich fliege mal rüber zu laura weil ich voll bin hallo und man bin ich jetzt auf einmal lauras gilt aber ich war nur wieder darauf dass wir gleich wieder autoskoll kommt einfach nicht nur um uns zu nerven ich hasse es jetzt kann das kannst du nicht sein das gibt es doch nicht hallo ich war sie noch darauf dass sie die dritte irgendwo vergessen die müsste jetzt hier gleich kommen wir sind ja erst am checkpoint vorbei das ist so schnell kann die noch nicht ich habe stirbt stirbt so warum es haben wir nicht überhaupt noch nicht bis auf punkte aber gut die sind ja auch wirklich irgendwie ist gar nicht mal schlechte gott weg mich ich habe war 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 ich würde so ein hals was auch mal nicht nein okay das level ist noch nie vorbei die dritte kann gleich noch akut das ist über den tag könntest du da vielleicht weg gehen ich habe mich noch gerettet also laura hat auch vorhin schon gesagt es kann passieren wird das in den zwei aufnahmen wo wir das meinte ich nein jetzt weiß dass sich die welt sich ändert dann warum ja dass das wir auf einmal entweder laura aber ich glaube eher laura die stimme verliert ja wir haben gott sei dann gleich schon mal unser trinken bereitgestellt ja natürlich wieder eistee noch nicht sterben laura ist noch nicht zeit zum stimmen ich weiß aber meine stimme ist jetzt schon im arsch gleich ist der erste part vorbei meine lieben boys also nicht die eigentlich aber hey sei froh vielleicht ist es nicht wie welt 5 das kommt wahrscheinlich bei welt 8 ja jetzt wird es witzig aber es kann zu welt 5 werden wenn wir ganz seit vor karten ja ich meine sie nicht mal hälfte durch das erinnert mich voll an dingen galaxy ja ich weiß was ich hasse diesen sprung das ist so scheiße aber ich glaube ich ich weiß nicht glaube ich habe mich dass hier auch noch mal aus wohl kann glaube ich oder ja ich habe nämlich drauf ja ich meine genau das hasse ich mit dem springen genau das ist mir gerade passiert das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen öfters vor allem wenn diese blöden dreh dinge hier sind und du einfach absprach ja das könnte ich zwar auch machen aber ich habe eis checkpoint ja gut okay es kann noch sein dass die zwei die zwei dass sie noch kommen das ist so meine absolute schwäche gott aus dem wasser raus zu sehen ja das ist das ist kann ich eigentlich scheiße ich weiß ja wenn man den laura übersicht drüber dran das haben damals so richtig geil springt ich schaue euch das mal an okay ich kann es schlecht hier demonstriere ich jetzt gerade hier eine plattform aber schaut euch das meine ich drücke jetzt mal nur ganz leicht zwei und da geht es schon richtig so schnell nach oben so ja das ist richtig nervig kann man fast sagen